Eine formelle E-Mail schreibe ich jetzt klar Eine Einladung zu bekommen ist immer wunderbar Lieber Herr Müller, wie geht es Ihnen? Ich hoffe, dass alles in Ordnung ist In Ordnung ist, in Ordnung ist Vielen Dank für Ihre Einladung Besten Dank für Ihre Nachricht Natürlich komme ich, ich werde auf jeden Fall kommen Und Sie werden viel Hilfe bekommen Die Vorbereitungen sind schwierig, das ist klar Aber ich bringe Essen und Getränke, oh ja Ich kann auch Musik und einen Lautsprecher organisieren Und alles mit Luftballons dekorieren Finden Sie meinen Vorschlag gut? Geben Sie mir bitte Bescheid Ich bin bereit Ich bin bereit Ich hab noch eine Frage Um wie viel Uhr muss ich da sein? Die E-Mail ist fertig, ich drücke auf Send Ich warte auf Ihre Antwort, das wird sich nicht ändern Viele liebe Grüße, aber keine Küsse Eine formelle E-Mail schreibe ich jetzt klar Eine Einladung zu bekommen ist immer wunderbar Lieber Herr Müller, wie geht es Ihnen? Ich hoffe, dass alles in Ordnung ist In Ordnung ist, in Ordnung ist Vielen Dank für Ihre Einladung Besten Dank für Ihre Nachricht Natürlich komme ich, ich werde, ich komme ich Ich werde auf jeden, ich werde auf jede, auf jeden Fall kommen Und Sie werden viel Hilfe bekommen Die Vorbereitungen sind schwierig, das ist klar Aber ich bringe Essen und Getränke, oh ja Ich kann auch Musik und einen Lautsprecher organisieren Und alles mit Luftballons dekorieren Finden Sie meinen Vorschlag gut? Geben Sie mir bitte Bescheid Ich bin bereit Ich habe noch eine Frage Um wie viel Uhr muss ich da sein? Die Dinner ist fertig, ich drücke auf Send Ich warte auf Ihre Antwort, das wird sich nicht ändern Viele liebe Grüße, aber keine Küsse Viele liebe Grüße, aber keine Küsse Viele liebe Grüße, aber keine Küsse